Ja, also ich bin hier der Referent, sozusagen der Workshop-Leiter Thibaut Harra, weil ich ein Apotheker, arbeite in der Apotheke und auch habe noch einen Lehrauftrag an der Uni, an der Freien Universität. Ich bin für den Verein Us & Trave aktiv, weil es mich betrifft, dass man was sagt. Der Verein ist immer angefangen, Mitte der 90er Jahre in der Technoszene Aufklärung zu machen über Prüfertätigkeit des Ganzen, die wir jetzt brauchen. Nicht nur das, wir haben nicht nur Aufklärung gemacht, sondern auch Drug-Checking gemacht, das heißt, bei uns könnte man die Proben abgeben, zum Beispiel eine Essens-Tablette. Und wir haben sie dann da rübergebracht, da ist das Direkt-Milizinische Institut der Charité gewesen. Und der Professor hat wieder die Tabletten genommen und die Proben untersucht. Und wir konnten innerhalb von ein, zwei Tagen sagen, was da drin ist und vor allem auch, wie viel da drin ist. Und was Gefährliches unterwegs war, haben wir davor gemacht. Und dann zu der Area noch irgendwie eine Verbindung. Ich hatte ja schon gesagt, wie ich zu dem Salvia-Tiena gekommen bin, ich kenne eben Konrad. Konrad ist der Geschäftsführer des Elixiers. Das Elixier ist ein Laden gewesen, der im Prenzlauer Werk Ethno-Botanica angeboten hat. Also Stoffe, die in der Regel psychoaktiv sind oder warm sind. Und die aber nicht im Betäubungsgesetz stehen und mit denen er da angekriegen hat. Er hat offen eingekriegt alles, er hat voll, versteuert. Und der hat das Ärger bekommen. Er hat auf Seite der Dignorum verkauft. Und irgendwann kam dann die große Truppe von Polizei und Zoll, aus Frankfurt angefahren, mit mehreren Lufen. Und haben da einen Laden Razzia gemacht. Und auch bei ihm der Privatwohnung. Und er ist jetzt angeklagt, er hätte gegen das Arzneimittel gesetzt versprochen. Sein Arzneimittel, sein gut gelassenes Arzneimittel, mit dem er im Unterlaub Handel betrieben hat. Und weil ich vorher schon mal gute Achtung zu solchen Themen gemacht habe, bin ich da eben in diesen Prozess hinein gesplittert. Und ja, davon werde ich auch ein bisschen erzählen. Weiter, es geht um Salvia divinorum. Das ist eine Pflanze, ein Lippenklügler. Eine Salbei-Art. Wie soll ich mich hinstellen? Mir ist das egal, wie du magst. Und hier kommt einen ganz eng begrenzten Biotop in Mexiko vor. An der Westküste von Mexiko. Direkt da in feuchten tropischen Regen- und Nebelwäldern. Da ist sie heimisch, nur da. Der Salbei, den wir so kennen, den Küchensalbei oder Arzneisalbei, der ist ja hier bei uns in Europa auch heimisch, hat auch arzneilich oder nebenwühl technisch verwendet, ist dem Salbei botanisch sehr nahe. Aber chemisch ist es etwas ganz anderes. Die Salbei, die wir hier an Leidenschaften hinnehmen, verwenden wir wegen des ätherischen Öls. Was eben so nach heilende, unter anderem auch heilende Wirkung haben soll. Das sind halt bakterielle und schweiglöse. Das ist ja, wenn man soll, mit frisch gebackenen. Während hier ist eine ganz andere Wirkstoffgruppe. Mittlerweile geht es erst mal die Pflanze. Das sieht aus, wenn sie in Kultur gehalten wird. Man kann sie durchaus auch in Kultur halten. Hier gibt es so ein Gewächshaus. Typisch für die ganzen Lameerzählen ist so ein viereckiger Stängel. Wie gesagt, das sind auch Lippenblüter und man kann die Lippenblüter eben auch anhand der besonderen Blüte einordnen. Im nächsten Bild ist eigentlich ganz schön. Wie geht es um die Lippenblüter? Ja. Wie geht es um die Bilder weiter? Genau. Aber jetzt zurück zu den Inhaltsstoffen. Ja. 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 Die Lippenblüter heißen, die bisher, wenn wir diesmal charakterisiert sind, Salinorina und der ist bisher A bis F. der Leitblüter ist der Leitblüter, der Hauptblüter, verbindet im Opium-Rezeptor. der für uns im zentralen Nervensystem von den Nervenzellen exprimiert wird. Der Leitblüter ist der Leitblüter, der Leitblüter durchlagt. Da binden in der Regel irgendeine Opium-Rezeptor, Endorphin usw. und es gibt eben auch utamische Substanzen, sage ich mal, pflanzliche Substanzen, die wir an den Eximitrezentoren binden. In der Regel sind das eben die Opiate, die klassischen Opiate, also die Alkaloide, die man im Schlafmord findet, z.B. Morphin oder Apavarin, Choline oder so was. Man verbindet damit eher so eine schmerzhemmende Wirkung, vielleicht auch eine sedierende, also eine mutemachende Wirkung, also wenn man ein Opium baut, dass man der Erdnissen entdrückt von seiner Umgebung, aber eher weniger eine Halluzinogenewirkung. Und die Designinerin-A und die Körperseidreiche, die hat aber eindeutig so eine Halluzinogenewirkung. Und der spezielle Halluzinogenewirkung wurde nachher noch ein bisschen vorgegeben. Ich habe so ein Opium-Rezeptor mal als Modell dargestellt und man weiß auch ungefähr, wie das da dann bindet. Und hier nochmal, es gibt verschiedene Opium-Rezeptoren. Es gibt drei Hauptgruppen. Die My-Rezeptoren, die Kappa-Rezeptoren und die Delta-Rezeptoren. Es ist ein bisschen von Lehrbuch zu Lehrbuch unterschiedlich mit den Wirkungen, die mit der Aktivierung oder mit der Klochierung dieser Sop-Rezeptoren in Verbindung gebracht werden, wie die beschrieben sind. Hier ist der Kappa-Rezeptor beschrieben als Rezeptor mit einer Distanz-Andockung aktiviert, dass das Schmerzgefühl reduziert ist, dass es zu einer Pupillen-Verengung kommt und eben, dass es auch Müll macht. Und hier wird der Kleta-Rezeptor noch für die Nationen verantwortlich gemacht. Ja, klar. Aber mit dem man das Werkzeug hat, dieses Alvinurin A, weiß man eben jetzt, dass der Kappa-Rezeptor für die Hallucination offensichtlich verantwortlich gemacht werden kann, die im Zusammenhang mit der Aktivierung dieses Opiaten und das Endo-System-Rezeptoren einhergeht. Ja, hier so ein Rezeptor-Mapping. Da werden also alle möglichen Targets, sagt man, die Zielstrukturen im Körper isoliert, bestimmte Substanzen, sage ich mal, präsentiert. Da guckt man nach, alle möglichen Zertoren, alle möglichen Ionen-Kanäle oder Transportmoleküle. Und dann guckt man nach, die Substanz, die ich jetzt untersuchen will, bindet die möglicherweise in eine dieser Strukturen. Wo normalerweise psychoaktivere Grenzen dran denken. Und diesmal seit Alvinurin A liegen LSD aufgetragen. Hier in dieser vorderen Zeile, da seht ihr das Rezeptor-Mapping für das LSD. Da seht ihr, LSD bindet an alle möglichen Zielstrukturen im Körper. Nicht nur in einem Rezeptor, in einem speziellen Serotonin-Rezeptor zum Beispiel, sondern eine ganze Reihe von Rezeptoren, Dopamin-Rezeptoren, Nordrallin- und dann aber auch Serotonin-Rezeptoren. Und das Überraschende, der jetzt eben bei Serotonin A ist, dass es ganz gezielt nur an eine Struktur bindet. Wo man diese eigene Struktur und da seine Wirkung entfaltet. Das ist, wie gesagt, der Kaffe-Orient-Rezeptor. Das ist die klassische Zeitung, die da in der Publikation war. Das ist sehr hoch angezogen. Wer da ein Ergebnis produziert, der hat wirklich gutes Ergebnis produziert. Wo geht das so zur Biochemie? Ich weiß nicht, ob das so im Großen und Ganzen verstanden ist. Der Rot war aber nicht der Rot von einem Flur, oder? Ne, das ist eine amerikanische Publikation. Ja, das macht er nicht. Man kann ja auch woanders produzieren. Ja, klar. Weil der Chevy Gap ist halt zufällig. Also ich kann es jetzt hundertprozentig ausschließen. Aber ich gehe davon aus, dass die Gruppe ausschließlich aus US-amerikanischem Forschungsanlagen wird. Was das Rezeptor-Rapping angeht, da ist jetzt LSD eher der Exot, dass so viele Rezeptoren relativ stark angesprochen werden. Oder eher das Sabinurin? Vielleicht kenne das eher so, dass doch damit eingegrenzt ist, welche Rezeptoren angesprochen werden. Was ist denn typischer? Okay, also kann man gar nicht so pauschal beantworten, die Frage. Also jetzt in der Wirkstoffentwicklung, in der pharmazeutischen Industrie, für medizinische Zwecke, da wird es wirklich angestrebt, möglichst Substanzen zu entwickeln, die nur an einem Rezeptor, an einem Südprozentor finden und dann eine ganz spezifische, selektiv- und ganz spezifische Reaktion hervorrufen. Das ist immer das Ziel der internen Wirkstoffchemie und Wirkstoffentwicklung. Ältere Nutzen haben eben häufig noch die Eigenschaft, auf mehrere Strukturen gebinden und verschiedene Effekte auszulösen. Darum hat man häufig eine Wirkung, eine Hauptwirkung, die man möglicherweise auch erzielen möchte, und bestimmte Nebenwirkungen. Alle Möglichkeiten Nebenwirkungen in der Stand der Wirkung werden. Weil man ja möglichst immer gut tanzen haben möchte, die überwiegend die Hauptwirkung hat, und möglichst wenig Nebenwirkung gelastet ist, dann versucht man eben sehr direkt hinzusetzen. Und jetzt machen wir ganz spezifisch an einem Rezeptor, die diese Wirkung haben. Und bei dem LSD sieht man eben, dass man, wenn man eine Substanz konsumiert, schon so viele Rezepte und das Thema irgendwie aktiviert, sage ich das schon gerade, ja, endogener Mischkonsum, den man da macht, wenn man LSD konsumiert, weil er wirklich schon verschiedenste Rezeptoren und Systeme beeinflusst, die alle irgendwie auf die Psyche Einfluss haben und den psychischen Zustand verändern. Also, als würde man 20 verschiedene Sorten kombinieren werden, weil sie in verschiedenen Formen kombinieren werden. Und das ist bei Salinurin A nicht der Fall. Das ist wirklich ganz, ganz spezifisch nur in einem Rezeptor. Also LSD, ein Chemiker würde das als Dirty Truck bezeichnen, und der Begriff, im Laborjargon, Dirty Truck, während Salinurin A, das findet ja ganz tolle, weil das wirklich nicht. Kann man das dann auch als Vorbild zur synthetischen Herstellung verwenden? Ja klar, das wird auch gemacht. Also, das wird gemacht als Vorbild, um Substanzen zu erzeugen, die ähnlich wirken oder genauso wirken, aber vielleicht aufgrund ihrer kinetischen Eigenschaften, weil sie eben länger wirken zum Beispiel, besser wirken oder scheinbar sind. Und weil die Wirkung von Salinurin A nicht nur so speziell, da eigentlich gar keine medizinische Verbindungsmöglichkeit kennt. Aber es ist auf jeden Fall interessant für Molekulatoren, die eine Substanz zu haben, die da, der exakt dran bindet, um diesen Rezeptor zu charakterisieren. Also abschließend, ich darf vielleicht sagen, man weiß jetzt, an welchen Rezeptor das bindet, aber viel mehr weiß man dann auch nicht. Was dann noch so alles an Sekundärreaktionen, sag ich mal, im Gehirn abläuft, wie es zu dieser einzigartigen halluzinatorischen Wirkung kommt, das kann man heute im Detail noch nicht erklären. Da ist man erst dabei, Forschungsinstrumente zu entwickeln, Methoden zu entwickeln, um sowas passbar zu machen. Man hat ja aber so bildgebende Verfahren, wo man Leute so in Röhren reinschiebt, und dann gibt es bestimmte andere Substanzen, die man dann initiiert bekommt, schnorrativer Substanzen, irgendwie Bilder vom Gehirn zu erzeugen, zeigen, welche Gehirnfunktionen dann möglicherweise aktiviert werden. Aber ich würde sagen, das steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Und man versucht ja auch immer wieder die NSG-Bürfung zu erklären, aber man ist noch nicht sehr weit. So viel Forschungsarbeit liegt ja noch vor einem. Also wer da Interesse hat, in die Richtung was zu machen, da ist noch eine Menge Arbeit. Okay, das so zur Biochemie, sag ich mal, Molekularbiologie. Jetzt kommen wir eher so in den psychologischen und sozialen Bereich. Auch da gibt es mittlerweile Untersuchungen. Es gibt da eine ganz gute, danke ich mal. Es gibt nicht sehr viele aussagekräftige Studien, aber hier gibt es eine Studie, die mal versucht hat, zum Beispiel die psychotrote Wirkung, das sei denn in Europa, systematisch zu erfassen. Und zwar wurden da in Spanien, von der Universität Barcelona in Madrid, und da eben Konsumenten rekrutiert, die dann einen Fragebogen ausgefüllt haben und rekrospektiv, also rückblickend, mittels so eines stabilisierten Fragebogens die Wirkungen, die Nebenwirkungen beschrieben haben. Jetzt würde ich sagen, das ist hier die hochpreisigste Studie auf dem Weg. Ich meine, die Stichgruppe waren trotzdem relativ klein. Es waren 32 Freizeitgebraucher. Und die Stichprobe ist jetzt auch nicht recht präsentativ, für die Gesamtbevölkerung oder den Querschnitt, ich will ja auch nicht den Querschnitt jetzt aller Salvia-Konsumenten ab, sondern es ist halt so ein Schneeballsystem rekrutiert worden, und es sind eben auffällig viele Studenten darunter. Das ist auch ökologisch, wenn die Studie an der Uni gemacht wird. Das sind die Studenten immer die erste Truppe, die man da anreffen kann. Und fragen kann, ob wir sowas konsumieren und holen hier was zu machen. Also erfasst wurden in dieser Studie soziodemografische Daten, also wie alt ist derjenige, männlich-weiblich, welchen Ausbildungsstand hat er, welches Einkommen hat er usw. Da ist er, er hat einen Job, darüber wird abgebracht, die Konsummuster, also wie viel wird konsumiert, in welchen Abständen, wird er was mit Kombinationen kombiniert, was das Ergebnis immer schwierig macht, das auch zu werden. Und dann wurden die typischen Wirkungen, sozusagen, systematisch erfasst, und jetzt ist es schön interessiert, wie gerade eben jetzt. Ich zeige jetzt so ein paar Tabellen aus dieser Forschungsarbeit. Da wurden erstmal den Leuten Mobilisten vorgehalten, und sie konnten eben sagen, was die beste Wirkung von Salvia, die Behörden ist. Und die meisten haben ihm als beste Wirkung angegeben, der Trick beöffentlicht eine andere Realität. 13 Leute haben das immer als beste Wirkung bei uns. Lachen und Fröhlichkeit und Traurteilen haben immerhin noch 9 gesagt, Körper-Geist-Trennung, Situationen und Phänomenen 6, visuelle Effekte 5, schnelles Eintreten der Wirkung von Freikult, die Stärke der Wirkung von Aufhalten und Entspannung sind noch 2. und 3, 8. Ok, so kann man, ganz offensichtlich, betritt man keine andere Realität. Das ist so die Idee von der Stichprobe am häufigsten genannten Prototypen. Oder auch Intentionen, wenn man das mal probiert oder sich dann auch wiederkomponiert. Schlechteste Wirkung und zwar mit Abstand. Mit Abstand die am häufigsten genannte schlechte Wirkung. Schlechteste Wirkung ist die kurze Wirkdauer. Die war in der Publikation mit 5 Minuten bis 30 Minuten. In dem Zeitraum mit so einem Schwerpunkt bei 15 Minuten. Das Konsumhüter wurde auch erfasst. Und die meisten, oder fast alle, die Salvia in den Biologen konsumiert haben da unten in Spanien, haben das in Form der getrockneten Glätter gemacht. Und zwar waren die getrockneten Glätter noch zusätzlich mit Salvia-Extrakt, die man impregniert. Da bevor man ja in Salvia-Extrakt und die Panzen dann noch den Gitter drauf. Und dann wurden Glätter in der Wasserpfeife oder in Form eines Joints gebraucht. Das war der übliche Applikationsweg. Die alten Schamanen in Mexiko, wo das herkommt, die haben vor allem einen Presssaft gemacht und haben Sud rausgekauft. Oder die Glätter in den Mund genommen, einen Brief daraus gemacht und dann so eine Art Kraukunie-mäßig in den Mund hin und her gelegt. Während hier in Europa oder auch in Nordamerika ist es überwiegend gebraucht. Was wurden noch für unangelegene Wirkungen beschrieben? Kontrollfreiheit? Wir haben hier fünf angegeben. Das ist auch alles sehr subjektiv gefahren. Die einen finden das vielleicht, sagen das ist eine andere Realität und das finden wir gut. Die anderen interpretieren die Wirkung eher als Kontrollverlust und sagen, es ist schlecht. Das ist auch eine Frage des Typs einfach. Und das Vervorhaben hat man natürlich nicht. Also auch nicht nur eine Frage der Substanz, sondern auch eine Frage von Set und Setting. Ich weiß nicht, ob diese Begriffe bekannt sind. So eine Tropenwirkung kann man nicht nur aufgrund der Substanzwirkung, die biologische Wirkung sozusagen erfassen. Sondern die wird auch ganz klar immer dadurch nicht bestimmt, wer sie konsumiert, wie sich der typisch traut, welche Erwartungshaltung hat wer. Das spricht man vom Set, vom Setting eben von der Umgebung, der Konsumumgebung, der sozialen Umgebung. Das funktioniert jetzt auf einer Technoparty oder alleine zu Hause oder hier in so einem gebrühten Raum oder so. Oder in einer Selbstverfahrensgruppe. Oder mein Ding auch in einem therapeutischen Setting. Da kann die einen oder andere sich ganz völlig anders werden. Unabhängige Nachwirkungen hatten vier als schlechte Wirkung angewiesen. Das wird normal reduziert. Keine schlechte Wirkung, auch viel gesagt. Unangenehme körperliche Wirkung haben drei gesagt. Überwiegend die Stärke zwei. Wirkungen sind unverlässig einer. Zwischen ist eigentlich eine Wirkung auf einer als negativen Wirkung. Wirkungen sind für sich bestimmt gegratuliert. Wirkungen sind für die unangenehme Nachwirkungen, die Nachbeendigung des Trips. Was sind unangenehme Wirkungen? Müdigkeit sagen vier. Kopfschwerte, je nachdem Kursum. Wieder Kanadisch-Joyen sagen auch vier. Spittel, drei. Körperverschaften, drei. Abgeschlagenheit, Croppiness. Einer bleibt die Gelangsamkeit. Jetzt wurden verschiedene Messinstrumente darauf angewendet, in denen normalerweise psychotrope Substanzen erfasst werden, deren Wirkung erfasst werden in der Medizin. Zum Beispiel für Psychopharmaka. Da gibt es bestimmte Forschungsinventarien, bestimmte Skalen. Und damit kann man die direkt drüber passen. Und die meisten dieser Forschungsinventarien und Skalen-Einordnungen haben relativ unbefriedigende Ergebnisse erbracht. Also dahingehend, dass die Substanz mit keiner anderen Substanz irgendwie in Verbindung gebracht werden kann. Es wird völlig anders als Amphetamin oder Alkohol, es wird auch Getamin oder sowas. Es gab, man versucht ja immer, in solchen Skalen eine Substanz irgendwie einzuordnen. Und das ist nicht gelungen. Was ganz interessant ist, ist eben hier diese Skala der außergewöhnlichen psychischen Zustände oder auch der außergewöhnlichen Bewusstseinszustände, die ist von Professor Dittrich in Zürich entwickelt worden, der selber auch Psychiater ist, aber jetzt mit einem pathologisierenden Blick auf psychotrope, pathologische Genere Pflanzen hat, normalerweise in Psychiatrie und häufig in Psychiatrien hat. Sondern er versucht ja wirklich objektiv irgendwie positive und negative Effekte einer Substanz zu erpassen. Dass man eben drei Subskalen entwickelt, die eine ist die ozeanische Selbstentgrenzung, die Angstvolle ist ja auch so, und die visionäre Umstruktur. Da stecken immer bis zu 60 Fragen dahinter, die man beantworten muss. Sie müssen sagen, man macht das jetzt ozeanische Selbstentgrenzung, eine starke ozeanische Selbstentgrenzung oder eine Angstvoll-Licht-Auflösung oder irgendwie die Erumstruktur. und mit dieser standardisierten Methode kann man ganz gut, finde ich, die Wirkungen von Hülpfigurien erpassen und auch vergleichen. Damit kann man dann LST, und Ecstasy, und nachdem auch Klavier die Neuroma passen und vergleichen. Jetzt müsste man natürlich auch mal die Werte bringen, die für andere Pflanzen gefunden werden. Wenn man zum Beispiel Ecstasy-Konsumenten betragt, dann schneidet immer die ozeanische Selbstentgrenzung sehr stark ab. Wenn zum Beispiel die Anforderungen nicht auf Lösung selten vorkommt bei Ecstasy, also es geht schon so um Richtung Horror-Trip, Gefangen sein innerhalb des Tritts, Angst haben, dass man das zurückfindet. Klärung ist es wieder. Und die Visionär-Unstrukturierung zum Beispiel ist etwas, was bei LST sehr stark auftritt. Das sind allizinatorische Effekte mit gemeint, optischer, akustischer Natur, optischer Natur, und Kreativität und so weiter. Bei Laibier ist es so, da halten sich so diese Angstvollen, und die glücklich machenden, ozeanischen Gefühle etwa die Waage. Es ist offensichtlich so, dass der Tritt dadurch charakterisiert ist, dass das so weit nebeneinander auftritt. Sowohl so eine Selbstentgrenzung, wie auch so Angstgefühle können auftreten. Aber der eine ist so ein bisschen mehr, der andere ein wenig mehr, aber das setzt sich etwa die Waage auf. Während so echte Halluzinationen, wenn man sie bei LST, oder soll auch bei LST, erlebt hat, als optische Halluzinationen weniger stark auftritt. In meinem Gutachten habe ich mich natürlich auf die ozeanische Selbstentgrenzung eingeschossen, weil ich sage, in dem Gutachten, in der Neurung, ist kein Arzneimittel, es gibt keine arzneimittel, sondern es ist ein Genussmittel. Es ist so, Genussmittel und Nahrungsmittel die Alkohol zum Beispiel auch ein Genussmittel ist. Und ich sage eben, dass sich so die Eigenschaften von Salvia, die in Neurung, gerade so an der Anbietung, durch diese Skala erfasst werden, und dass die ozeanische Selbstentgrenzung und das Auftritt mit der ozeanischen Selbstentgrenzung dafür ein Indiz ist. Die ozeanische Selbstentgrenzung lehnt sich an den Begriffen des ozeanischen Begriffs an, der in der Psychoanalyse passt zu einem Termin des Technikus, wo die mystische Erfahrung, die Ekstase und ein kosmischer mystischer Leben geworden ist. Er beinhaltet das Einswerten mit der Umgebung, ein mystisch erlebter Einheit, die Realität jenseits aller Widersprüche, die Transzendenz der Zeit, Vergangenheit, Unwahrheit und Zukunft erleben, erlebe ich jetzt eine Einheit und einen tiefen Grund mit positiver Stimmung. Ich glaube, ein Zitat von Hörbetschrich, der dieses Skala ja sozusagen entworfen hat. Okay. Und deshalb weise Achtung, diese Wirkungen überhaupt nicht als neidliche Wirkungen zu tun, und demnach kann man es auch als neidliche nicht einsetzen, und während diese als positive Wertbewertung auf jeden Fall die Kriterien, da werde ich noch ein bisschen näher drauf eingehen, von Genuss entsprechend sind. Von daher, damit begründe ich eben die Einordnung als Gewinnmittel. Ja. Ja. Ich habe es ja vorher schon gesagt, dass so die Angst machenden Elemente oder Komponente, und wie sie selbst entgrenzen, dass sie sich ungefähr die Waage halten. Jetzt sagst du aber, du hast natürlich sozusagen das ozeanische Gefühl bekommen, also hat es dafür zu tun, also findest du es einfach wichtig, solche Erfahrungen zu machen, oder welchen Grund solltest du dafür das dann noch zu betonen, oder? Ja, okay, jetzt, wenn ich sage, es ist ein Genussmüchel, muss ich das ja übergründen. Also ich gehe nachher noch in dem Vortrag ein bisschen darauf an, was unter Genuss zu verstehen ist. Aber unter Genuss versteht man im Prinzip einen psychologischen Prozess, der beinhaltet, dass eine bestimmte Erfahrung, wirklich egal, in welche Richtung die Erfahrung geht, eine bestimmte Sehnenserfahrung, als überwiegend positiv bewertet wird. Wenn ich sage, es ist Genussmittel, werde ich natürlich vor allem die positiven Eigenschaften, die diese Notopanz hat, die als positiv bewertbar sozusagen gekennzeichnet sind, oder sich feststellen lassen, herausstellen. Aber klar, wenn man es als Genussmittel haben will, dann würde man natürlich das betonen. Ja, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich das irgendwie dahin gebogen habe. Ich werde natürlich nicht versprechen, dass es da auch negative Bewertungen gibt. Also ich habe ja auch diese ganzen Tabellen auf der Präzifikation von den negativen Bewertungen entsprechend übersetzt und auch der gerichtlichen Beurteilung sozusagen zukommen lassen. Aber ich finde, das ist ja auch ganz typisch. Ich meine, das ist ja für alle Genussmittel irgendwie typisch, dass dem einen definitiv die Wirkung oder den Geschmack eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Substanz, wäre der positiv, überwiegend positiv, und ein anderer eher negativ. und würde das nicht noch mal ein zweites Mal kosten oder noch mal wirken lassen, auf sich einwirken lassen. Und das ist ja genau so. Ich meine, es gibt sicherlich viele Konsumenten, die das mal einmal konsumiert haben und sagen, nee, das ist nicht mein Ding. Das fand ich jetzt überwiegend eher unangenehm oder ich habe sogar so angstvolle Erfahrungen damit gemacht. Das will ich nicht noch mal haben. Und es gibt eben auch viele, die sagen, das fand ich hochinteressant, das hat mich sogar bewältigt sogar, oder ich bewerte das positiv und möchte diese Wirkung mal wieder haben. Und werde das dann nach einem bestimmten Zeitabstand dann auch wieder konsumieren. Ja, das hat das Gericht in seiner Urteilsbegründung dazu beschrieben, um den Stand der gerichtlichen Bewertung noch mal klar zu machen. Das Verfahren läuft in Frankfurt am Main. Ja, deswegen, weil eine große Menge Salve, die den Logen und den Zugrafen in Frankfurt, geschlagen haben worden ist, das nicht gezoll. Darum soll ich das noch fragen, gegen den Berliner in Frankfurt. Und die erste Instanz war amtsgerecht. Amtsgerecht hat er dann beurteilt. Meines Erachtens völlig gerade gut gemacht, dass da die Urteilsbegründung drin stand. Dann kam es in die zweite Instanz, das ist ein Landgericht gewesen. Da hatten dann einen Richter und zwei Schöffen gehabt. Und auch da wurde er beurteilt. Der Richter hat gesagt, es sei Arzneimittel, wobei das Urteil milder ausgefallen ist in der zweiten Instanz. Also in der ersten Instanz ist Corona nicht überlegen, ich glaube zu einem Jahr auch Bewehrung für 50.000 Euro vorurteilt worden. Die 50.000 Euro sind in der zweiten Instanz reingelassen, wo die Freiheitsstrafe sozusagen aussteht. Und jetzt sind wir in der dritten Instanz. Das ist das Oberlandesbericht in Frankfurt. Das ist die höchste in diesem Verfahren, die höchste, die nationale Instanz. Aber ich werde auf die juristischen Geschichten noch eingehen, weil ich die auch sehr interessant finde. Und genau, ich sehe das jetzt noch als Einstieg, nämlich die Urteilsbegründung in den Verfahren. Also der Richter sagt Ihnen, der Konsum von seiner Bewehrung ist mit einer E-Realisierungsführung verbunden, die zu Angstzuständen führt. Die daher von Konsumenten empfundenen Rauschzustände, die auch als sozialische Selbstentwändung beschrieben werden, das hat er was gelernt, ist ähnlich wie beim Konsum von THC, die positiv, sondern negativ und beeinträgenden ist eine Gegenwirkung. Also das Gericht sagt, sobald alles in der Rauschzustand eintritt, es kann nie etwas Positives sein, sondern es ist immer negativ. Und dann wird auch alles, alles was das macht, wird in einen Topf geworfen. Cannabis und Salvia und Gerogin und was ich mir alles anhören muss, Bequistel, ich musste mir sogar eine erste Instanz vom Staatsanwalt vorhalten lassen, dann war ja auch Kannibalismus Genuss. Der Staatsanwalt hat dann den Kannibalen von Rothenburg zitiert, der sein Opfer irgendwie durchs Internet an sich gelockt hat, geschlachtet hätte und dann aufgegessen hat. Das war ja dann auch Genuss. Wurde alles in einem Topf geworfen. Es kam mir nicht klar. Es ist wirklich vor einem deutschen Gericht, wo es behauptet. Mit solchen Geschichten muss ich mich auseinandersetzen. Was wirklich Genuss ist und wie Sozialwissenschaften und Psychologie und Naturwissenschaften so etwas definieren, das war denen alles egal. Die wollten die Verurteilung, das ist nicht im Betäubungsgesetz drin, also muss es in der Falle sein. Dann haben sie auch nicht möglich, meiner Meinung nach, zu genügend gebrochen. Das bedeutet jetzt Ihre Vorstellung ist, dass quasi alle THC-Konsumenten schwerabhängig sind und nur deshalb diese schändigen, fürchterlichen Erfahrungen ertragen, wenn es ihre Suchdroge zu suchen ist. Sozusagen. Ja. Weil einen anderen Anreiz gibt es ja nicht, außer Sucht, um diese extrem negativen Erfahrungen über sich hier gehen zu lassen. Genau. Wobei Sie schon irgendwie natürlich auch zu Kenntnis nehmen müssen, dass es Studien gibt, die sagen, dass nur ein winzig kleiner Teil der Kanadiskonsumenten abhängig ist. Aber okay, das war nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Dr. Richter am Amtsgericht hat mich dann auch mal gefragt, wie ich denn Genuss von Sucht im Prinzip abbrense oder eben auch Betäubungsmittelabhängigkeit von Salvia genüsse. Das kann man natürlich tun. Also, der Sucht legt immer etwas Zwanghaftes zugrunde. Ich konsumiere, obwohl ich eigentlich gar nicht konsumieren will. Ich weiß, es schadet mir mehr, als dass ich nutze, und trotzdem muss ich es tun. Und da gibt es objektive, ich schreibe auch objektive Kriterien, Diagnoseschlüsse, ICD-10 oder DSM-4, das ist wie bei der amerikanischen, die ich hatte, mit wem man das erfassen kann. Und zu Salvia kommt noch ein bisschen an, dass irgendjemand Laminorin A oder Salvia, die in einer zwanghaften Art und Weise konsumiert. Also auch diese spanische Studie hat gezeigt, es fehlen noch gute Studien, aber die hat eben gezeigt, die Leute konsumieren das so ein-, zweimal im Jahr, maximal zweimal im halben Jahr. Das ist kein abhängiges Konsummus. Noch mal weiter. Ich meine, jetzt kommen so die ganzen Vorurteile, die auch mit der ganzen, die unserer ganzen Drogenpolitik irgendwie zugrunde liegen, fließen da jetzt ein in das Vorurteile. Obwohl es gar kein Betreuungsfeld ist. Also sie wissen eben, es soll eins werden und es reicht schon aus. Der Konsum von Salvia in Euro ist mit schädlichen Wirkungen verbunden, der überein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaften betretbares Maße hinausgeht. Woher weiß das der Richter? Das ist einfach, einfach dahingeschrieben. Schädliche Wirkung ist ja eigentlich etwas, was irreversibles oder ich meine, das Handelsstoffierung eigentlich im vorübergehenden Zustand, oder? Bei dem Konsum und was? Das ist eine gute Frage, da gehe ich auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Der Konsum von Salvia in Euro wird zu Erbrauchszustand, weil er mit einer Eigengefährdung des Konsumenten und einer Fremdgefährdung der Umwelt verbunden ist. Obwohl er weiß, dass das Gericht hat es in einer wissenschaftlichen Studie nie erfasst worden. Ich verwarte darüber, dass wir hier helfen. Obwohl Salvia die Salvia Lorien eine zum THC völlig unterschiedliche Zusammensetzung hat, sind die Auswirken auf den Konsumenten vergleichbar. Okay, ich meine, ich kann alles miteinander vergleichen, aber die Wirkungen sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber er versucht das eben in die Ecke Cannabis zu stellen. Cannabis ist verboten, also in Salvia auch verboten sein, durch die Logik, die dahinter steht. Rausch ist immer blöder. Die meisten der Konsumenten von Salvia, die Norm konsumieren auch regelmäßig Cannabis. und weicheln auch Salvia die Norm aus, wenn ihnen aus unterschiedlichen Gründen kein Cannabis zu verfügen steht. Das ist ein völliger Blödsinn. Ich würde sagen, dass die spanische Studie schon übergeben hat, dass es eine relativ bewusste Entscheidung ist. Und auch hier wird so betatet, es sind so füchtige Cannabiskonsumenten. Und wenn sie gerade mal keinen Cannabis haben, nehmen sie das, was sie gerade kriegen können. Zum Beispiel sagen wir ja auch Christl. Ja, Christl, wir mussten uns vermassen, alles andere. Herr und Lieb, Christl, Konja Garn kam auf uns. Und eben auch Charizalismus. Die Rauschwirkung können bei Konsumenten Psychosen auslösen, die eine Gefahr für den Konsumenten selbst und auch für die Gruppe darstellen. Es war ganz wichtig, da auch die Fremdgefährdung darzustellen. Selbstgefährdung ist ja straffrei. Ich kann natürlich selbst Mordversuche machen, wie ich will. Zulang ich nur selbst schädige, ich kann mich dafür keiner bestrafen. Das ist natürlich auch die Grundgesetz, durch natürlich jedes Grundgesetz dann geschützt. Und darum muss man hier versuchen, auch so eine Art Fremdgefährdung zu konstruieren. Und dann tritt mein Gegengutachter dann wirklich ganz, ganz dolle Dinge. Dann machen wir das, was ein Sackle wird. Nächstes Bild. Okay, ich habe jetzt für die Entscheidung des Oberlandesgerichts, sowohl die Entscheide dann schon etwas sachbezogen, nochmal ein Gegengutachten zu diesen Sätzen eingeholt. von Prof. Perens und Jan Weingold. Prof. Perens und auch jemand, der da entsprechend das Gewicht hat. Er ist ärztlicher Direktor des Sätzen für psychosoziale Medizin im Institut für medizinische Physiologie der Universität Heidelberg. Und Jan Weingold. Ganz einfach zusammen mit Albert Hoffmann mit Christian Belsch. Bei dem unteren Vorzeiten Heidelberg. Ja. Also es gibt ja auch Blutche. Dann machen wir mal weiter. Okay, jetzt habe ich mal hier so ein paar Statements zitiert, aus dessen Spiel hat eine sehr schöne, dreiseitige Stellungnahme geschrieben, wo auch diese Frage angesprochen ist. Was ist eigentlich gesundheitsschädlich? Was ist schädlich? Und ich habe jetzt mal diese drei Sätze heraus. der mit Schäd die erste Pauschalaussage, dass der Konsum von Seilverdiener und der Reizaufgrund der Getrausch ein lehrlebender umfangreicher Konditionation mit negativen Auswirkungen und Gewinnheit verbunden ist, sei es ungeklärt nicht. Es wird eben über eine Seite dann gegründet. Guten Tag, Herr Dr. Leu. Und Herr Professor Ferris und Jan Weinhold, es füllen das eben wirklich über alle Teilzeiten aus. Was ist versteht unter gesundheitsschädlich? Und warum kann man, wir sind ja die Umwirkung generell für psychoptive Substanzen, THC und XSG und LSD nicht pauschal immer in den Gesundheitsgefährten annehmen? Unter anderem werden die Substanzen ja auch klimisch getestet. In Versuchen mit Freiträgen und Beband, zum Beispiel mit der Schweiz, von Vollenweider, Universitätskliniker in Zürich. Es wäre ja nie möglich, so eine Testung vornehmen zu können, man muss sie ja durch eine Ethikkommission bringen, ganz pauschal weil ja immer eine negative und zuteilsgefährliche Wirtung sozusagen mit verwahrten Zeichen. Eine ganz kurze Frage noch. Fallen Psychosen unter Gesundheit sozusagen? Also ich meine, dass es Psychosen auslösen kann, ist ja eigentlich ziemlich klar. Ja, ist das so klar? Also ich finde schon. Also ich meine, jeder, wenn er zu neig ist, ist es gefährdet. Also für mich auf jeden Fall plausibel. Also ich finde, Expertenmeinungen quasi, sehr, sehr schwierig. Also generell, psychotropen Substanzen, immer unterstellt, könnten auch Psychosen auslösen. Also das ist keine Frage, würde ich sagen, dass der Konsum psychotropa Substanzen auch mit Psychose irgendwie assoziiert sein kann. Also dass Leute, die viel NSD nehmen, dann auch irgendwie so eine Diagnose zum Teil gestellt bekommen. Aber was man eben sehr, sehr schwer nur sagen kann, überhaupt nicht sagen kann eigentlich, ist, ob da eine Kausalzusammlung besteht. Also ob tatsächlich ist das LSD der Auslöser dieses Zustands wahr. Oder ob Leute, die vielleicht generell in einer bestimmten psychischen Verfassung sind, die man dann psychotisch sozusagen beschreibt, ob die dann Anlagen dazu haben, ob die nicht auch besonders gerne auf solche Substanzen zurückgreifen und sie dann auch in relativ hektiger Form kombinieren. Das nennt man dann Komobilität. Also solche Fragestellungen, die kann man letztendlich heute mit den Studien, die man hat und mit den Erklärungsbildern, die man hat, noch gar nicht überantworten. Und da kommt man in den Gebiet. Ich habe auch gerade hier gestern ein Buch gekauft, mit dem Buch Psychosenverstehen. Das ist jetzt mal ein Buch, das sehr kritisch in der Psychiatrie umgeht und mit der Psychosenwelt. Und die werden dadurch auch seine Psychosen irgendwie beschrieben, subjektbezogen, als auch Strategien aus einer Lebenskrise eine Lebenskrise zu bewältigen, sage ich mal. Also ich habe das nicht gelesen. Was ich einfach jetzt sagen wollte, ist, dass das letzte Thema zu der Frage, was ist eigentlich ein Buch los? Wie kommt sie zustande? Und so weiter. Welche Funktion hat sie, wenn sie noch längst nicht gegessen ist? So wie das in den Lehrbikern drinsteht, ich denke hier, da wird sich noch einiges verändern. Da ist noch einiges in Diskussionen. Und es gibt da auf jeden Fall auch ärztgenehmende Gegenbilder. Ein anderes Buch, das ist die Psychiatrische Ordnung. Die schreibt Ihnen ein Psychosoziologe. Die beschreibt die Funktion der Psychiatrie so als ordnungsgebende gesellschaftliche Institution. Was man früher vielleicht über Kriminalisierung gehört hat. Oder Hexenverbrennung oder so. Das schiebt man heute gerne in die Psychiatrie ein. Also sowas soll man eben auch nicht ausachten lassen, wenn man über sowas diskutiert. Und ich glaube, wenn man eine These von mir, wenn man sich wirklich mal mit der Frage intensiver auseinandersetzt, was ist eine thronesassoziierte oder thronesinduzierte Psychose, wird man letztendlich weniger über Substanz-Eigenschaften und über Nebenwirkungen lernen, als über die Funktion der Psychiatrie in unserer Gesellschaft oder so. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass Leute Probleme bekommen im Zusammenhang mit jedem Substanzfunktion und dann in solchen Institutionen landen, weil dann kein anderer mehr da ist, der unterhalten könnte. Also das ist eben so ein, für mich ist das ein zweischneidiges Schwert irgendwie, und wo man viel so ein Bewerbungsbedarf, Forschungsbedarf bespielt. Das ist wirklich endgültig und sehr endgültig verbessern, die wir passen können. Ist denn überhaupt irgendwelche Indikamente, die irgendwie sehr lauerhaft irgendwie neurotransmitter, zum Beispiel deren Anzahl oder welche das irgendwie konfiguriert sind, ich weiß nicht, was ich jetzt noch genau so aber die jetzt eben so, dieses Selbstwiz sehr gerne, und dann größer zu irgendwelchen Elementen. Ich meine, es wäre jetzt, überfall ich es jetzt empfehle, sich an vielen Substanzen, sich umruhen, oder ja, ganz massive Anlage, Veränderungscharakters, irgendwie, ja, auch schon, und könnte das irgendwie von anderen, von anderen, ich glaube, es ist schwierig zu beantworten, so eine Frage, ja, also generell, Leute und Psychopharmaka erstmal, so aus naturwissenschaftlichem Verständnis, solange sie im Körper irgendwie zirkulieren, und möglicherweise können sie natürlich auch irgendwas auslösen, und das tun sie ja immer, was irgendwie eine Veränderung wird, in die eine oder andere Richtung. Also, welche Aspirinien, was macht eine Schwunde, was mit mir, und irgendwie, welche Woche, oder wenn ich das, die Tage, oder irgendwie, ja, in den Zweck, ja, meine Frau, gerade zu solchen Fragenstellungen hatte ich gerade auch im Seminar, im Hintergrund, in der Hinten, ich habe mich gefragt, zu einer Fortbildung der Apotheker, wo eben auch zu der Psychologin da war, die mal so beschrieben hat, also, was ist psychologische Schmerzbewertung, ja, und was, was bedeutet Schmerz für die Leute, die da psychotischen Schmerz haben, ja, und, was bedeutet das, wenn sie ihn behandeln, ja, das kann in die Richtung gehen, dass man Schmerzmittel anwendig wird, auf der anderen Seite, kann nicht behandelter Schmerz eben auch den Lebenszeugungen verändern, ja, wenn er chronifiziert, ja, im Endeffekt, wirklich auch, auch Beispiele, wenn ein Schmerz nicht adäquat behandelt wird, ja, man wegen höchsten Asperien, und andere, denn, denn, in Kombination, vielleicht sogar in der Ziegentherapie, ja, kann sein Leben völlig unkrat werden, ja, und daher ist es, wie gesagt, eine sehr komplexe Frage, ja, und es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja auch Marzneistoffe, ähm, von denen man gar nicht erwarten würde, ja, die auch, in Anführungszeichen Psychoten auslösen, ja, also, als sehr unabhängenehm erlebte, ähm, Zustände auslösen können, sogar in Richtung Selbstmord, und Selbstmordgedanken führen, ja, es sind nicht nur, es sind nicht nur Psychopharma gerade, die das tun können, ja, bei denen würde man das ja noch ein wenig erwarten, ja, es gibt ja, zum Beispiel bestimmte Malaria, oder, ja, oder, oder, sogar, Kortison, seine Derivate, ja, Antibiotika, genau, können, ähm, solche Zustände auslösen, die dann dazu führen, dass die Leute ausrasten, oder auch, ähm, oder, ähm, Fremdgefährdung, 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 oder, oder, ich denke, das schon in der Person drin, ja, das ist gar nichts wieder drin drin zu tun, ja, ähm, sowas, sowas zu bewerten, ist das nicht einfach, ja, also, ähm, und, ähm, dazu hat mich neulich mein Vortrag gehört, ähm, es gibt ein Projekt in Süddeutschland, die, solche, solche Wirkungen systematisch versuchen zu erfassen, und die treffen sich dann, ähm, ähm, einmal im Monat, und sprechen alle Selbstmorde, oder, oder, auch Aggressions, ähm, Attacken, die solche Menschen hatten, und die möglicherweise, die Verdacht stehen, ähm, mit irgendeiner Substanz, in Verwicklung gebracht werden, ja, das hätte ich noch vorgestellt, damit, so ein Experten-Team, äh, besucht wird, anhand bestimmter Kriterien, ähm, zu sagen, okay, das hat was mit der Substanzgefühl, und wir können das ausschließen, oder möglicherweise, ja, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, Freiheit reinzukommen, um Systeme reinzukommen, um ein bisschen Systeme zu verdauen, oder, also, wenn man sich das so angehört hat, in dem Vortrag, und dann sieht man, dass die auch noch, auch erst am Anfang stehen, oder, oder, und sowas, oder, so ein. Ich mach jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter, Ja. Moment. Also der zweite Satz, es kann nicht davon ausgegangen werden, dass veränderte Wachbewusstseinszustände, die prinzipiell gesundheitsschädigend und auswirkende Wachbewusstseinszustände hier von Saalberg und Neuron reduziert. Und dann als Fazit in Bezug auf die gesundheitsschädigende Wirkung des Konsums von Saalberg und Neuron ist derzeit eine realistische wissenschaftliche Bewertung nicht möglich, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Studien vorliegen, die solche Annahmen belegen oder widerlegen und die zu dem Denken wissenschaftlichen Mitkriterien sprechen würden, zum Beispiel im Form von Denkschnittstudien oder klinischen Studien. Also es fehlt einfach die wissenschaftliche Erkenntnis. Die Studien dazu zu machen wäre optimal, es wären also experimentelle Studien, aber Substanzen, die verboten sind und von vornherein als gefährlich eingeschätzt werden, mit denen darf man nicht forschen. So beißt sich dann die Katze in den Schwanz an. Nun der Schweizer!